Wie funktionieren eigentlich Sternspritzer? Lässt sich eine Kerze auch ganz gezielt aus 20 Meter Entfernung auslöschen? Und warum leuchtet Feuerwerk in unterschiedlichen Farben? Antworten auf diese Fragen finden wir gemeinsam bei der ersten Easter Christmas Lecture am 21. Dezember. Und du kannst mit deiner Klasse im Livestream dabei sein. Wir freuen uns auf dich!